Ich habe ja nicht mal was... Dies ist eine andere Handschrift, was bedeutet, dass Rosa vielleicht ihre Hände mit im Spiel hat. Vielleicht wurde sie von jemandem zu dessen Zwecken benutzt. Verzeihung. Schön kaputt gemacht, gefunden, Rat. Und das ist dann wohl die korrekte Lösung für das hier. So. Ähm. Ich... Naja. Gut gemacht. Ventilator? Alter. Oh, wir haben zwei Eier. Jetzt blinkert das hier schon wieder, ne? So. Momentchen. Das machen wir, das lösen wir anders hier. So. Komm. Komm. Das Android manchmal einfach nicht reagiert, ne? Ich habe am Anfang der Session noch gesagt, Apple... Oh, nee. Jetzt das. Also die Eier... Die müssen hier rein. Das ist ja wohl klar. Oh. Da hat was eingestürzt. Das ist natürlich doof. Hier können wir auch ungefähr nichts machen, außer... Selbst meine Sprungkraft kennt Grenzen. Gibt es einen anderen Weg? Hinfort mit dir. Hm. Was kann ich sonst noch tun? Vielleicht den Hund loslassen? Warum eigentlich nicht? Ventilator? Nein. Klaviertasse. Messer. Sehhilfe. Okay. Hier kommen wir, glaube ich, noch nicht weiter. Gefunden Kletterhaken. Drei Münzen. Uns fehlen noch fünf. Okay. Das sieht alles sehr merkwürdig. Irgendwie ungewöhnlich. Aber eine Schlange schweigt. Da kann ich aber jetzt gerade auch noch nicht helfen, glaube ich. Kletterhaken. Können wir den hier benutzen? Na klar. Die schon wieder. Hä? Ich habe dich geholfen, weil wenn ich getroffen bin, werde ich verhängt. Aber ich bin kein Kriminal. Es begann alles, als mein Mann eine Liede bekommen hat. Er hat mir gesagt, dass alle unsere finanziellen Probleme überwinden. Ach, das ist Rosa. Ich habe keine Details gefragt. Aber als ich nach Hause kam, waren meine Sachen gepackt. Sergio left a note, that he no longer loves me. He'd rented a hotel room for me. Here, see for yourself. I couldn't believe it. I asked my husband to meet me at the monument. But when I arrived, there was a ghost instead of Sergio. And this sword. Gefundenen Schwert. Jetzt bin ich durch die Feuerknight. Ich habe versucht, mich als Begeber zu beschreiben, aber der Knight kann nicht befohlen. Wenn er mich aufhört, wird er mich töten und die Schwert nehmen, damit er nicht in seinem Graf getrunken wird. Ich weiß, dass du ein wertvoller Detektiv bist. Bitte, sag meinen Mann, dass ich innozentig bin. Hilf ihn, den realen Thief zu finden. Hier sind einige Punkte für deine Probleme. Nee, ganz ehrlich, Rosa, ich glaube, du bist Traitor. Wir brauchen noch... Ja, ganz ruhig. Noch drei Minuten. Crazy. Was hier abgeht, hier haben wir die Klaviertaste auf jeden Fall. Und das lässt sich natürlich... Das lässt sich natürlich aufschieben. Ist ja logisch. Gefunden Ventilrad. Und was hat er jetzt hier hingeschmissen? Gefunden leeres Gefäß. Gefunden Ballerina. Die können wir aber gleich hier draufstellen irgendwo. Nicht den Hauch einer Chance. Entschuldigung, ich habe sie auf die falsche Stelle getan. Das tut mir leid. So, was haben wir hier? Dieser Violinkasten ist verschlossen. Vielleicht mit einem Schwert. Einen Ventilator. Einen Ventilrad. Einen Messer. Einen Hund. Einen leeren Gefäß. Dann eben nicht. Dann müssen wir hier, glaube ich, schon wieder gehen. Kann ich hier eigentlich irgendwo, wo es eingestürzt ist? Nein. Wie kann ich diese Äste schnellstmöglich beseitigen? Ich glaube, mit einem Hund. Oder mit einem Messer. Oder mit einem Schwert. Oder mit einem Ventilator. Oder mit einem Ventilrad. Liegen hier eigentlich Münzen? Okay, wir haben jetzt alle Münzen. Dann können wir ja erstmal wieder was kaufen. Bro. Gib mal das Vollzeug her. Ja, dann nimm hier mein letztes Geld. Und dann kann ich vielleicht jetzt die Äste anzünden. Geht das? Tatsächlich. Und eine Aussparung. Yay. Aber wir können hier, glaube ich, nicht durchgucken. Hiermit kann man sicherlich den richtigen Ton anschlagen. Witzig. So. Okay. Ich kann dir leider nicht helfen, weil ich habe deine Zunge nicht. Und hier geht es nun gerade auch nicht weiter. Dann können wir jetzt erstmal wieder zum Anfang gehen. Und hier dem sein Schwert wiedergeben. Hallo, Schwert? Ähm, Schwert? Hallo, Schwert! Wieso kann ich dem das denn nicht geben? Verarschen? Okay. Ja, und jetzt? Ich sag mal, hier sind wir doch jetzt eigentlich... Ach so. Aber wir haben doch hier immer noch nicht das, was... Schwert. Gefäß. Sehhilfe. Ventilrad. Das passt hier alles nicht. Ganz Gepäck zurückgelassen. Das wissen wir ja auch schon. Hier komme ich auch noch nicht weiter. Beziehungsweise Ventilrad. Nee. Ventilator. Wofür brauche ich denn einen Ventilator? Hallo? Hallo? Hier gibt es ja auch nichts weiter zu tun. Nee. Dann... So will ich gerade... Hier muss ja noch was rein. Aber das sieht aus wie ein Hammer. Ich hab keinen Hammer. Spielen ist auch nicht mehr. Der Typ ist weg. Weil wir den leergekurvt haben. Was ist das? Ähm... Ventilator. Ventilrad. Schwert. Sehhilfe. Leeres Gefäß. Was... Ähm... Was kann ich sonst noch tun? Ja, was weiß ich? Kopf ab! Nee, hier komme ich auch noch nicht weiter. Einen Violinschlüssel habe ich auch nicht. Ich... Ähm... Naja. Kann ich vielleicht mit dem leeren Gefäß... Das habe ich doch alles schon durchprobiert hier. Was soll ich denn jetzt eigentlich mit dem Hund? Wie niedlich, kleine Tänzer. Ich muss dies reparieren. Ich kann das aber nur reparieren, glaube ich, wenn ich noch zwei weitere kleine Tänzer finde. Das bedeutet im Rückschluss, dass ich hier jetzt gerade ein bisschen aufgeschmissen bin. Hier kann ich nicht weitergehen. Ähm... Diese Asche... Diese Asche können sich als nützlich erweisen. Alter. Nie, wenn man hier irgendwas wegmacht, bleibt da ein Rückstand. Und jetzt auf einmal... Und der ist natürlich auch noch wichtig. Alter, alter, alter. Jetzt... Wieso geht das jetzt nicht? Ich darf nicht so schnell aufgeben. Hallo, Asche mit Gefäß? Was soll ich denn sonst machen? Damit. Jetzt habe ich ein Gefäß mit Asche. Was soll ich denn damit machen? Das verstehe ich ja jetzt noch weniger. Was mache ich denn mit der Asche, wenn nicht die Vögel vertreiben? Und wieso kann ich dem sein Schwert nicht wiedergeben? Und wieso kann ich hier immer noch rein? Karte. Ne, wir sind im Café offensichtlich auch noch nicht fertig, also... Dafür sind wir hier vor dem Dings fertig. Boah, es gibt noch so viele Sachen, wo ich noch nicht war. WTF. Scheint ja ein ziemlich großes Spiel zu sein, also... Oder ich stelle mich schon wieder an. Das kann natürlich sein. Ja, Freunde. Und nun? Hier bin ich angeblich fertig. Hier kann ich ja auch nichts mehr machen, wenn mich nicht alles täuscht. Achso, wenn die... Wenn die Lupe drauf ist, dann... Kann ich nicht sehen, was für ein Symbol da ist. Okay. Ne, sind wir fertig. Ach, Freunde. Jetzt ist der Tipp wieder da. Ist ja toll. Dann sag mir doch mal, wo ich jetzt hin soll mit dieser Asche. Naja... Vermutlich auch hier hin. Wieder hier. Rosa befindet sich... Alter, wer... Wer soll denn da drauf... Wer soll denn da drauf kommen? Pfundmalerina. Das machte jetzt sehr wenig Sinn, aber okay. Fehlt immer noch eine. Und nu? Ich kann hier nicht durch, oder? Oder doch? Messer. Ventilator. Hinten fort mit dir. Wieso... Ich probiere hier alles. Das geht nicht. Das hat mir jetzt effektiv alles gar nichts gebracht. Ich sage mal, gut, wir sind den Hund endlich los. Was für ein Lack. Tja, Freunde. So schnell ist man schon wieder am Ende des Lackdeins. Ich brauche das hier nicht zu probieren. Das habe ich alles schon probiert. Jetzt muss ich schon wieder auf den Tipp warten, ey. Weil das macht hier alles keinen Sinn. Mir fehlt das entscheidende Teil, mit dem es hier weitergeht. Alter. Wer soll das sehen? Wer soll das sehen? Okay, damit können wir das hier, glaube ich, aufschließen. Jetzt ist da ein Bogen drin. Was fange ich jetzt mit dem Bogen an? Kann ich euch mit dem Bogen vielleicht... Nicht den Hauch einer schauen. Das hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt. Aber was fange ich denn jetzt... Wieso stürmte das da draußen schon wieder so? Was fange ich denn jetzt mit dem Bogen an? Da? Nicht. Ich habe ja nicht mal was... Ich dachte, ich finde jetzt hier irgendwas, wo ich mal das ganze Zeug wegtun kann. Dann macht es einer fertig hier. Bogen. Was fange ich denn mit dem Bogen an? Bogen. Kann ich hier hinten vielleicht mal was mit dem Bogen anfangen? Ne. Ne, hier brauche ich einen Peak. Das bringt mir auch nichts. Bogen? Ne. Tja, dann sind wir hier vermutlich immer noch nicht fertig. Und, äh... Was? So ein Mist viel zu hoch. Mit dem Schwert vielleicht? Mit dem Bogen? Alter. Was? Das... Die roten Bänder sind ja immer noch dran. Äh. Okay. Krax. Ich wollte das eigentlich nehmen. Schlangenzunge. Ja, jetzt geht es, glaube ich, los. Oh, Freunde, Mensch. Das war jetzt hier aber wirklich... Hier ist der Notenschlüssel drin. Meine Güte. So, Schlangenzunge. Bitteschön. Oh mein Gott. Rosa, ich werde dich retten. Mit dem Messer. Danke, Detective. Wer hat jetzt hier aufs Maul bekommen? Holzmarke. Was ist das denn? Äh... Ja. Dann... Eben nicht. Die Häuser sind identisch. Welcher ist Sergio's? Keine Ahnung. Aber wieso schweben hier so eine Teile? Das ist verboten. Verschiebt die einzelnen Teile, um das Straßenschild zu vervollständigen. Ach, du Scheiße. Die müssen ja auch noch in der einzelnen Reihenfolge vertauscht werden. Ey, Freunde, bei aller Liebe, nee. Das ist ja kein Vergleich zu... Die Kacke muss hier hin. Wie? Äh, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das funktionieren? Äh... Das macht gar keinen Sinn. Das ist doch die falsche Reihenfolge. Das passt doch hier gar nicht dran. Hä? Das macht ja nun mal ja keinen Sinn. Das ist doch eins zu viel. Verstehe das nicht. So, Freunde. Nee. Das hätte jetzt so ewig gedauert. Keine Chance. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020